Ja, und die nächste junge Dame, sie ist ein New Face beim Dance Against Cancer Ball. Sie hat mir erzählt, sie hat nicht einmal die Tanzschule besucht. Dementsprechend aufgeregt ist sie. Begrüßen Sie jetzt eine liebe Kollegin von OE24 bei mir, Nadine Friedrich. Sie tanzt mit Sebastian Hoffmann einen Jive. Viel Glück, Nadine! Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Start walking Untertitelung des ZDF, 2020